Liebes Chaos bringen, hochzuwerden, äh, aufzuwerden, ähm, nein, nein, ich wollte eigentlich nur mal gucken, haben wir nur die drei oder was, oder wahrscheinlich kommen noch mehr dazu später, ich wollte eigentlich nur gucken, wie viele Items wir dann später haben werden, aber es wird wahrscheinlich einiges sich noch dazu gesellen, diese Tür ist verschlossen, die Toten halten sie sich, nee, quatsch, das war was anderes, gut, nee, guck mal, ich bin der Mann, der gegen die Kurbel rennt, Ist das jetzt gut, aha, wollt ihr noch mit tanzen, Jungs? Leute, sind die Anmeldetermine alle abgeschlossen, äh, 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 ä vorhinein zu rennen fucking lauf gratos seht ihr indiana jones teile ich wollte mal zurück ich hab da hauschlüssel vergessen und ich bin mir nicht sicher ob ich den herd ausgemacht habe ja das sind ein paar borgenschützen borgenschützen hinten sind auch noch ein paar beruhigt euch doch es gibt einen am anderen kann leute ei das war aber schön hier finde ich auch wieder toll dass wir auch direkt greifen können bei senschen war das auch geil mit dem feature mit ich hacke mich ein ich box dich ich ich bums dich ich spieg deine mutter und so nicht jolo und ein weiterer weiterer das war der jetzige warte hier was kaputt machen scheinbar ein guter wie wo möchte dann hier ein nachher kommen noch die mir gut und jetzt sind die spiele karl 1 und ab jetzt mit der bewegung die karl 1 war schon da ich bin die magie Hahaha A good rip! A good crab! A good crab! Hey, der freut sich der Hes! Ähm, kann ich den Gessen nicht kaputt machen? Nnnnn! Warum denn nicht? Habit, habit! Ich will noch nicht von der Leiter abspringen Passer hier vielleicht Na? Weil hier gibt's auch was zu holen Come back to build! Yeah! Ich hab schon zwei Gagona genommen Drei mehr und wir haben Energie Hm, so viel Jog und nix Was ich will Hopp, hopp Ah, das leuchtet auch so schön schon Interviere! Ah, was ist denn da los? Unser Hasulein ist wieder da Ich hab dir gesagt, du kriegst heute nur ein Happy Meal Du bist auf die E, du hast schon einen ganzen Zyklophen gefressen Irgendwo muss mal Schluss sein Na, was ist los mit dir? Willst du fliegen denn? Guck mal hier, ich kann Zaubertrieb, willst du mal sehen? Ah, zu spät! Tut mir leid, du hast deinen Kopf verloren Ach, wo ist Kuhn? Gute Ordnung, Herr Gute Ordnung, Herr Gute Ordnung, Herr Würde Bane dazu sagen, ne? Oder Sunderhatsch Oder auch Spawn noch nicht Ähm, kann ich den Übel kaputt machen? Ne Mir ist ja indistraktiv Oh, jetzt gibt's einen schönen Ballonsang Wow, wow, wow Zieh dich mal schön wieder rauf Hier Eieiei, Kratos Also dich lassen wir auf jeden Fall Dies hier nicht am Schwiebelfall Du hältst ja nix aus hier Ha 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 Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der über seine Platten Ich bin hier hinten Hä, hast du mit mir geredet? Uhhh Also, momentan schmeißen sie mir bei euch ganz schön Energie hinterher Ist das ein Korsenheim, oder was geht ab? Ich hab noch mal ne Ah Ha 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 Welches Übel bringst du über diese Stadt Perser? Übel? Ich spreche doch kein Übel, Spartaner Ich bringe die Macht Persiens Und das Sakrament der Reinigung Während wir reden, fällt mein Basilisk über dieses Land her Damit es Teil des glorreichen Persischen Reiches wird Der Olymp schickt eine Nachricht Und ich bin der Bote Ha 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 Du bist also bloß ein Laufbursche Bring deinen Göttern diese Botschaft von mir Kein erbärmlicher Spartaner kann mein mächtiges Reich aufhalten Das werden wir mal sehen Ob ich so erbärmlich bin, wie du denkst War schon cool, wir sind schon gleich im Nick Wow 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 chill Ich hatte zwar mal bis zu dem gekämpft, aber viele Leute danach nicht mehr Aber ich wusste nicht mehr genau Wie Feilige Scheiße Wie sein Attackenmuster war Weg, 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 weg Ich müsste mal seine Lakaien hier beseitigen Oh Fuck me Ah ha 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 Ich bin noch ausgewichen Ja lachen kann ich auch blöd Den ganzen Tag Das bringt dir nix Holy Macaroni Au Jetzt haben sie Au Jetzt haben sie mich erwischt Ich bin ein Rüder Fuck weg weg War ich zu nah, war ich zu nah Ich glaub schon Ich meine ich hab Wow Bis kurz nach diesem Bosskampf nur mal gespielt gehabt Um zu tanzen wie das Spiel so war Natürlich hab ich natürlich ein paar Trophys bekommen Das Spiel hat auch Trophys Ja Klar ist ein Port auf die PS3 Und Wenn es auf der PS3 ist, hat sie immer Trophys Ne Au Jetzt muss ich aber mich beeilen hier Kratos Real Echte Männer erfassen Direkt ins Feuer Das ist männlich Und jetzt? Hängt das Spiel? Ne, ich dachte schon Bitte Bitte verschone mich Und ich gebe dir alles, was du von mir verlangst Ich will nichts von dir Perser Nimm mein Reich Meine Frauen Mein Gold Dein Reichtum ist mir gleich Ich will nur dein Leben So Dann wollen wir doch mal Gute Nacht sagen Hohoho Hattet ihr schon mal deine Kiste an den Kopf geschmissen bekommen? Also der Perser schon Sie haben den Efret erhalten Alles klar Ah, meine erste Magl Magl Ähm, R1 Achso, deswegen ist R1 nicht belegt Okay, R1 und Treieck drücken Wollen wir doch mal den Efret gleich ausprobieren Ah ja, das ist dieser hier Ich hab voll den Klotz hier auch, ne? Hä, no shit Sherlock Blaue Orbs für Magie Auch wäre ich nie drauf gekommen So Mal ganz kurz das hier aufgraden Warum darf ich eigentlich nicht? Ach doch, ich kann durchschalten Aber mit dem Steuerkreuz Okay Was gibt's außer Chaos Kling? Wie viel gibt's noch? 1, 2, 3, 4, 5 Na, hält sich aber auch in Grenzen Und es gibt auch nur 3 Stufen Wenn ich das so richtig deute, oder was? Aber wir werden sehen Nein stories Ihr dürft mich nicht angreifen ihr Schweine weil ich euch alle kaputt Okay, jetzt können wir noch ein bisschen Orbs sammeln Fin wir wieder gut na, hockey, das ist zwar nicht kaputt, man mal egal Hay Der rollt er schön herum. Ah ja, das obligatorische Sexspielchen. Kommt nämlich auch jetzt dazu. Dann wollen wir doch mal ein paar Orbs sammeln. Na! Ab geht's. Zu geil, ey. Wieder sind wir da durch was anderes symbolisiert. Oh, scheiße. Durch was anderes symbolisiert wird. Ich habe irgendwie verhunzt, die Kreisbewegungen hinzubekommen. Ach, Mann! Ich habe das falsche gedrückt. Ja, das ist nicht alles. Wo das herkommt, gibt es noch mehr. Komm schon im Concentration-Mode. Wenn die jetzt aufstehen würden, ne? Hehehehe. Okay. Ey, verarsch mich doch. Ich habe doch gelenkt. Ich will diese Orbs haben. Ich muss es mindestens einmal jetzt schaffen. Komm. Ich gebe es hier nicht. Okay. Ich habe das Spiel ausgedrückt, vor allem auch mal vorher. Schnell. What? Oh, man. What? Ich war noch dabei, L1 und R1 zu drücken. So, komm schon. Okay, jetzt aber. Vielen Dank. Okay. Wie viele Orbs bringt mir das? Ah, ein paar. Machen wir es noch einmal. Hoffe ich, dass ich es diesmal hinkriege. Damit ich ein paar Orbs sammeln kann. Es sei denn, jetzt kommt nichts mehr. Aber jetzt habe ich es eigentlich raus. Okay. Und ab. Die Kerze, ey. Wie sie abgeht. Ach was, das gibt keine Orbs mehr. In God of War spielen war das aber anders. Schämt euch. Egal. Rüsten wir nochmal auf, ein Busy. Dann haben wir bald unser erstes Upgrade. Warte mal. Kann ich kaputt machen? Nee. Dann halt nett. Okay. Zwischen Saving wieder. Ich speichere jetzt immer an einer Stelle. Falls die TV-Karte wieder meint rumzuspinnen oder Fraps meint rumzuspinnen, dass ich dann immer dahin zurück kann. Okay. Verlassen wir erstmal diese Halle. Ah! Hier gibt es jemanden, der gleich wieder einen aufs Maul will. Was? Sie kommen über die Mauern! Das heißt aber im Prinzip, wenn ich die nicht vernichte erstmal, dürfte ich rein theoretisch die Möglichkeit haben, hier ein paar Orbs zu sein, ja? Oder kommt keiner mehr. Habt ihr noch Bock? Habt ihr noch Bock, Jungs? Egal, komm. Machen wir es trotzdem weg. Und hopp! Noch jemand? Keine Lust mehr. Den halt nicht. Wer schon will, der hat halt schon, ne? Oder so in der Art. Brauche ich momentan nicht aktivieren. Ich konzentriere mich jetzt erstmal darauf, dass ich den da, den dicken Molly da beseitige. Wo schießt du das hin? Kathos. Wirklich. Wir wollen doch erstmal zielen. Ich hab hier eine hitzige Überraschung für dich. Ich dachte schon, das würde sich zurückdrehen. Das wäre ein richtiger Mindfuck. Und! Ja, es hat Spaß gemacht, gell? Guck mal, willst du nochmal sehen? Ach, dieser Schisser. Kathos, geht doch weg. Hab ich versehentlich nochmal gereist. Egal. Hier, schick dich nochmal einen hinterher. Wo's neu ist. Okay. Ja, ich hab genug Energie, aber nehm es mal mit. Warum nicht? Na, stoß es jetzt auf. Okay, was haben wir hier, Feines? Dürfen wir wieder in Brummkreisen spielen, oder so? Gehen wir natürlich auch gleich an. Allerdings würde ich vorher gucken, was ich hier noch alles so finde. Zum Einsammeln. Und natürlich, was es da oben Feines gibt. Nichts kaputt machen. Gehen wir erstmal hier oben. Uns umschauen. Nein. Kathos. Achso, ohne. Ah, ich hab verstanden jetzt, wie das weghüpfen geht. Ohne zu lenken. Dann hüpft er weg. Ha, guck mal, er ist eine Phoenixfeder. Um mir eine Magieleiter aufzufüllen. Ja. Walking, walking, walking. Was da flossen? Yes. So, wollen wir doch mal schauen, was wir hier unten alles noch so Feines finden. Ich hab wieder meinen schönen Leaf dabei. Was mich jetzt gerade nur wundert, ist, dass mich keiner angreift, weil normalerweise ist es immer so, in diesen Spielen, wenn man so eine Kurbel betätigt, egal ob rauf oder runter, da gibt's immer welche, die einen fisten wollen hier. Hier wird ja nicht. Hallo. Wann mal. Ja. Ich wollte die einen, kann mich kaputt machen. Ich dachte, heute ist schon der folte Abend. Hab ich mich geirrt? Bin ich ein unangeladener Partygeist? Das ist aber schlecht. Deswegen bin ich jetzt, äh, not amuse. Mach erstmal den Spastendance. Das ist... I feel stupid when I'm dancing. Wie war das?